Shit. Leute, die haben hier komplett zugemacht. Ronny ist doch noch auf Klo. No way. Ohne Scheiß. Die haben komplett dichtgemacht. Oh mein Gott, ist das geil. Ey Leute, wie krass ist das. Netto macht 22 Uhr zu. Es ist jetzt. Ronny war noch auf Toilette. Der ist da drinnen und schreit. Wir haben sie ganz knapp noch erwischt, die den Laden abgeschlossen hat. Die ist jetzt noch zurückgekommen. Die war schon mit dem Auto weggefahren und holt Ronny da jetzt wieder raus. Ronny! Sorry. Ja, sorry. Wir sind sehr sorry. Es ist schrecklich. Schnellschild. 80 Cent, 7 Euro? 500 Euro? Toll, was schreibt ihr denn? Durch 8? Ja, dann sind das irgendwie 6, 7 Euro. Aber dafür wurde Ronny gerettet. Ich gebe ihr das jetzt hin. Ronny! Mensch, du kannst doch nicht so lange kacken gehen. Scheiße. Ich hab wirklich 110% Lichertmann kacken. Ja, das ist für dich. Für die Koffe. Oh nein, nein, nein. Es ist unsere Schuld und wir sind sehr sorry. Es ist nur für Koffe und... Ja, ja. Du solltest das machen. Oh! Danke. 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 Have a good night. Bye. Danke, dass Ronny rescues. Danke.